ARD Text im Auftrag von Funk Die Tanks einfach Ich hab Zref verloren Ja, wir verlieren D an Landship und Artitruck, der drauf spammt Letzungswege Was? Was? Ich hab Zinfeldung Ich hab Zinfeldung Ich hab Zinfeldung 19er, ne jetzt? Die ganzen Leute, ja Oh mein Gott Der rafft ja mal gar nichts What the fuck Rechts an mir Basti, warum sind denn so viele Leute? Ich kann wohl doch die hinter mir hingeritten Geil Hast du gesehen, wie viele Leute ich da noch getötet hab? Ich habe aber noch sechs Leute geholt, wenn alle mich tot waren, wo nur mich gepusht haben Oh, das ist gut Ja so wieder. Ja, killt er mich mit Debris. Okay. Darf ich mich jetzt mal wieder bewegen? Nein. Und jetzt? Oh ja, jetzt darf ich wieder. Ich bin so f***ing tot. Ich bin so f***ing tot. Ich bin so f***ing tot. Im Ernst? Ich hab ihn hier halt erstmal durchren lassen, weil ich 3 HP hatte. Wollte ich ihn nicht grad irgendwie fassen. Echt jetzt? Die Welt lag so was um die f***ing... F***ing tot. Na, ich geh zurück nach ihr. Das war halt so, also so heftig wurde ich von keiner mehr um die Ecke geholt, glaub ich. Wieso bleibt man einfach in der Wege sitzen, wenn man einen 80er, ne 90er Hit bekommt von der Sniper. Mal weiterfahren. Hier in dem Haus bei mir. Support. Ja. Rechts. Na, ist raus. Oh Gott. In dem Haus bei mir auch noch. Ey. Wieso können die Attackplans mit den Bomben Dächer kaputt machen und dann dadurch Debreed Damage machen? Ich glaub die machen das mit dem Eingang kaputt. Hm hm. Mal Bomben. Echt? Genau. Das wusste ich nicht, dass das geht. Hm, natürlich sind 2 Autolary Trucks die auch de-spammen. Oben an der Kante stand einfach 2 Assaults mit der 8-Yoke-Gun. Das ist die Sniper von morgen. 1. 2. 2. 1. 2. 2. Gott aimen. Einfach nur Gott aimen die Leute. 5. 5. da ist ja dann wieder von oben ok da ist ja ein tank sniper ja mit der P hole tank sniper down mhm attack plane wir haben fast einen medic im team neben dem nicht stark oder sowas nicht stark oder sowas nein nein es durften gleich ziemlich viele leute vom d pushen nicht ich muss hochrennen muss mehr ammo holen vom support aber es ist auch ein typ nein helpp ja ja wie viel spielt da auch die truck 16 1 das ist mal irgendein grund warum man rage kütten könnte der tuch hat sich die letzten vier minuten nicht bewegt ja 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 das war kein guter spawn ja 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 ohne bipod aufgebaut einfach rausge- ähm weitgepeekt und mir so hart dann guck ich mir die stats gleich mal an mit set aimbot könnte ich mir gut vorstellen tos- ne tocs heavy ja jetzt sind es zwei arty trucks ja 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 ich habe da natürlich die truck an Der Halt ist Richtung C Ah ne, er fährt Richtung B Oder A, wenn da irgendwo hier liegt Ich hab grad meine eigene Steps wegen lag hinter mir Das wär Next Level Ich hab mich jetzt schon 5 oder 6 mal umgetreten Einfach hinter mir Steps gehören Ich seh keinen Wo kommen die ganzen Leute her, ihr? Moment, noch ein bisschen, ich komme als Support Aber du bist Medic Ja, ich hab nen Auto Revolver Ja, ich hab einfach... Hier waren so viele Leute, ich hab die einfach alle Outmoved So ein Medic da außen Ja, ist natürlich bei dem gesponnt Oben Haus Fack 57er Habt ihr schon ne Kavaterie Von Richtung A Ja Check Plan kommt Ja Hm, hätt mich haben müssen Die... Das ist so... Unmöglich Wo ist dein Kitz, ey... Warte... Da Ich weiß nicht, wo der Typ ist Ja, ich weiß Ich hab's gesehen Was sich irgendwas angehittet hat Und wieder ne Nate Push das Haus Ist drinnen Zwei, warte Treppe hoch Der drückt ziemlich hoch Ich bin mehrere drauf Kommt, kommt Ja, ich weiß Ne, der... Hat keine Ahnung, was passiert Der war einfach dabei, ja Ich hab ja grad vier Framedrops gehabt Nein, hat... 10, 10 auf meinem Body Shotgun Ich will koppeln Hier links Komm, wieder in den Haus Ich hab meinen backend gefehlt Ich hab meinen Nade gefehlt Half Life von mir Keine Amo mehr Er zu... Da steht die Dato wieder plötzlich Nicht helfen Ja Der wird dich holen irgendwann. Der hat erst Level 41 mit 3 Servicestars War doch okay auf der Frage Ja schon Ich find's halt lustig dass wir da grad ein 3 gegen 10 oder sowas hatten und die Teammates eh verloren haben Ja auch die Trug steht immer noch genau an derselben Pose Ja schon Es ist ja Level 97 das ist so eine Schande für das Spiel Der steht seit 10 Minuten an der Stelle Hat die letzten 6 Minuten keinen Kill mehr gemacht Wie kann man soo Das ist schlimmer wie 100 Servicestars auf weiter Piloten Inkompetente Spieler Ja Das ist wirklich wieder in Heidel Ja 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 Da kämpft echt einer an der Anti-AR Obwohl wir eigentlich nie.. die gegenseit keinen Flieger hatten Fuck er Schleute Ja 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 Der Typ, der mich vorher so krank geworden hat, hat 10% Präzision mit dem Bau, 220 Kills. Der Typ, der Morgsum, 22% 15, 10, Joachim, 10, 98, 30. Das ist schon mal, wenn man mit einer Cyber-Bus 30 hat. Ja ok, das geht ja nicht für einen schlechten Spieler. 20 ist dann eher so das, was richtig traurig ist. Ich habe den zweimal gehittet und habe nur einen 82er gemacht. Ach geil. Du kannst dich einfach nicht verlassen, warte, ah das ist schon auch ein Leben, ok. Von D. Einer war auch noch onside. Push links. Es ist gerade total schwer hier irgendwie zu wissen, wo die Gegner sind. Traurig. Lass dich. Ich habe gerade ein bisschen, so wie wir es sind gefanzt hätte ich wahrscheinlich noch ein paar mehr bekommen. Er wurde im Kreis gedreht mit der Svorder für die ganze Zeit. Er ist gestorben. Wie kann man doch sterben? Naja, also... ...dem man so richtig scheiße ist. Vielleicht. Pff, renn das noch unten rein. Jaaa, legt sich mit dem Beiput MG hin und rapet mich. Und der Attack Plane... Bombe. 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 Das hat leider immerhin so ne Brand auf mir. Ich werde dafür dazu weggehen von der Flagge. Bisschen. Ne, unser Tank kommt doch als Backup. Sollte ok sein. Das ist doch keine One-Hit-Range von der SMLE, das kannst du mir nicht erzählen. Das sind 140 Meter nach B und das sind vielleicht 100 Meter von da, wo er geschossen hat. Oh Gott, warum pushe ich? Boah, der ist voll in meinen Nade-Range gerannt. WTF?! Alter! Ja, er fährt wieder dahin, außen. Ah, was war denn das für ein YOLO-Sniper des Grauens, Alter? Was war denn das für ein YOLO-Sniper des Grauens, Alter? Einfach, kommt einfach nur um mich zu knifen, hin rein. Nur zum Neufen. Ice-Bomb bei dem Chip hinten. Ich bin Suicide. Leute, das ist ein Typ. Wer nimmt Shotgun? Der Mr. Goldring, der hat 70% Vehicle-Kills, 1,7-0-Papé. Das ist ein Typ. Ein Contester für schlechtester Spieler. Ja. Wie, wie schafft man sowas denn? Verstehst du mir nicht. Ahem. 10.600 Heavy-Tank-Kills. 1.500 Lot. Ein Stationary-Weapon, is the fuck. Fortressgun oder was anderes? Nee, Fieldgun 933. Nicht mehr die gute Stationary. Ja, da hat er nur 280. Und AA 350. Oder 325. Sogar ich mehr. Der Fortressgun. Ja. Geht gut. Oh, das ist ein Blömer. Das ist ein Blömer. Das ist ein Blömer. Das ist ein Blömer. Always Backcaps. Always Backcaps. Es gibt noch 2 O's. Ja. Kommt hin. Wurden rechts der Tank. Ah, ist unsere Tanks nicht wahr. Naja, ist ein Blömer. Es sind mehr W2. Ja, 3. Danke. Hatten sie es? Ich glaub schon, oder? Nee, es wär erst. Viereckig. Ach so. Ach so. Ach so. Äh. Weiß schon. Raute. Ja. Es gibt ja viele Vierecke. Was? Ja. Game sagt 9. Ja. Ja. Ist aufgenommen. Ja. Anfangen wollt. Es war halt ein bisschen passiv. Alles. Boah. Wo ist denn sie auf der Klage? Hier im Haus. Ist der down? Ja. Aber es ist ein Pi oder wird er nicht Pi. Denk ich. We turned it around, my friend. Oh, den kill wie much. Ich weiß nicht wie viel gemacht hab gegen Ende. Zum Ende hab ich wieder was gemacht. Zu Anfang ein bisschen. Nee. Komm ich jetzt einen noch. 95. Da vorne ist einer rausgeschüttet. Wird mit der Fleck getötet. Oh Gott. 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 Äh zwei noch. Nee. Das halten wir entstanden noch einer. Wie viele hast du im Zeit Bilk gemacht? Wahrscheinlich wie viele. grenade 5 oder so. warum schreibt du das und dann mit so einem komischen faggot smiley? meint das jetzt ernst oder sarkastisch? ernst? ja schon, aber warum macht man dann so ein smiley da hin? wenn man behindert ist. das ergibt keinen sinn. oh im bettel weg.